Vierteln So, wir müssen noch machen Dass die grauen Gebäude in die Forschung mit reinkommen So, graue Gebäude in Forschung Und, äh, Piraten müssen auch nochmal gefixt werden Das heißt, diese Sklaven nicht immer spawnen bei den Römern Aber es geht auf den Piss Muss ich ehrlich sagen, aber es geht mir auf den Piss irgendwann mal Naja So Okay, was machen wir jetzt hier? Langsam muss ich eigentlich eine neue Armee ausheben Die ich hier nutzen könnte, um hier drüben einzumarschieren Aber sie werden noch einen Charakter Besonders gut fürs Reputieren gedacht Und, äh, äh Haus Papiria Nehmen wir den mal bitte Auf Legio 1 Italiker bitte Und hier würde ich mal Kannst du gleich ein paar Truppen holen Holst du mal Stati hier Sieben Stück erstmal So Dann beenden wir die Runde Weil mit der Armee, Leute Mit der müssen wir dann halt, ähm Danach In den Krieg ziehen Ging die dann super Und die schwächte mir grad so ein bisschen vor Wir wollen es aber später noch holen So Der schwarze Spezialist Warte mal Spezialist bitte Hier war ich mal vor auf den Attentäter So Rundebeend bitte So Aber weißt du was ich mir jetzt holen, Leute? Das wird cool, ey Pappen euch noch was Was mega nice ist Es gibt wieder Cornies, Leute Ah, hier Da haben wir es Coins mit Milch Dark and white Was ist das Ding jetzt hier? So Grün Wackelpudding Ne, man Den grünen Wackelpudding hole ich mir jetzt nicht, ey Ich hole mir keinen Wackelpudding Ich hole mir keinen Wackelpudding, Schatzi Die reden aber von dem grün gefärbten Pudding Der mein Kot auch grün gefärbt hat Ja, aber es wurde so reingeschrieben gerade Das war ganz gewöhnlich mal Nillepulling So Und Luca hatte recht Es sind Cornies Hm, hm, hm Hm, hm, hm So Aber bleiben nur in 10, ey Naja Hm Hm Nach wie vor noch im Minus, ey Aber nicht mehr lange Hm Hm Hm, 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 hm Vorräte werden gesandt Ja, genau Nippus Hm Ich muss ehrlich sagen, KitKat Ich finde diese Römerkampagne hier am besten Guck mal, jetzt hätten wir hier den Fall, dass wir nicht mehr genug DB hätten Und wir machen es sowieso nicht Ich hab mir jetzt hier ein Stück, die müssen reichen Ja Ah Okay Dann Beenden mal die Runde Jetzt weiter Leute So, bis dann Schutzbatton Vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder Wir sind mittlerweile sogar 30 Zuschauer Geil Nice, nice, nice Ja klar Erstmal das Tati Spam KitKat Sowas von So So Ich finde ich so gut Ich hole mir gleich noch eine Also kann ich euch nur empfehlen Diese Dark and White Dinger Von Conny Die sind echt Bombe Wurde ich sagen Hat schon mal Spitz gebrochen Veneta Und Dalmata E Die sind echt Sau klebrig Aber Sau lecker Die sehen wir uns so aus hier Sieht schon geil Danke Luca für den Hinweis Habe ich nicht vergessen Die haben die Hungersnot bekämpfen können What the fuck Ich erwarte eure Bewegung Ich erwarte eure Bewegung Okay Wurde ich noch ein paar Runden Hä? Hä? Minecraft sind die lecker, ey Machen wir Dark Mark Kein Thema Machen wir Dark Mark Mein Gott sind die lecker, Leute Mh 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 jetzt warum das geld macht erst mal nah dass ich ganz wichtig werden leider halt erst verarmung kaufen wir müssen kommt halt zu aber ist okay haben wir immer die runde leute na du kannst ja auch mal so ein headset kaufen die gibt es für fünf euro teilweise wann starten morgen die community battles kitkat die community battles hat man ich habe glaube ich in dem stream was gesagt ja müssen wir schauen also ich werde morgen spontan umsatteln und mountainblade spielen weil ich das halt so geil finde so einsteiger position nehmen wo ich dann kauf wir müssen jetzt mal schauen wie sieht es mit der realität gerade aus kein risiko für eine situation das ist sehr gut das freut mich jetzt waren die gebäude fertig hat immer noch keinen partner und weiter noch gut ist gar nicht so in genua mittlerweile zwölf einheiten die ist auch angeknackst das gebäude umbau und schafft erst in zwei runden so wir holen jetzt mal italische kraft mit dazu wollte mich was gutes haben und nächste runde greifen wir an und befreien die liguren und danach geht es weiter nach mittel an so ok ich werde den aufs jahrlager halt bauen das soll mal sein wir müssen wie gesagt wieder richtung dalmata geredet die provinz die müssen wir uns holen denn erst wenn die dalmata eh haben erst dann können wir eventuell mit dem bräuki handeln das ist mein ziel mit dem müssen wir uns sehr gut stellen dort halt zuschlagen zu können also leute vor kurzem noch 30 zuschauer mittlerweile sind noch 21 ja das schöne schwankungen heute habe ich freut dass trotzdem so viele leute sind und auch alle spaß haben da noch wirklich naja finde ich einfach nur cool wir hatten ja letztens schon über 220 aufrufe gab das schon weil ich jetzt jetzt mal wieder 120 aufgeführt während eines streams ich habe das gefühl letzter zeit ist so eine leichte flaute der alltag kehrt wieder ein und so und das haut rein fast 27 u.s. arbeitslose in fünf wochen was 27 millionen oder schreibt das 27 naja ja gut naja wieder minus 10 halt aber ist ok oh das ist aber jetzt gerade ein ungünstiger zeitpunkt hier macht das sowas nicht wirklich ein geringes risiko für eine partei dass sie nicht abspaltet gerade aber groß genug ist es dennoch scheiße so so du wirst jetzt geld in die hand nehmen leute du gehst mal los du redest mit den massillianer bitte du du redest mit du bist befördert so knappe kiste das hätte ins auge gehen können jetzt schon höher krieg zu haben wenn man gerade auf dem weg ist ins aus nach wie vor schwach ich erwarte eure befehle plus 2 mittlerweile aber das wird sich jetzt drehen leute zack so ich schlag bis jetzt selber schlagen hier und dann haben die stadt eingenommen sehr geil sehr sehr geil sehr sehr geil da 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 hm wir gehen über die wege das passt schon hier hier schicken wir zwei lang das reichen die falschen gen noch mit drin aber gut ok den können wir nach noch nehmen so eins zwei drei so hier drüben können wir noch schmeißen hier drüben können wir noch schmeißen die anhalten du gehst nach hier mit rüber du bleibst als backup verfügbar ihr bleibt auch da euch schicken falsch über die flanke rein wenn das nix sieht dann passt das leute und vorwärts leute so 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 also leute dann lasst mal bitte ein like noch da ich meine ich höre jetzt in einer halben stelle ungefähr auf und würde ich schon gerne sehen wie viel wir hier haben ne was heißt insgesamt jetzt über die gesamte spanner zu dem ich hier monetarisiere sind es bestimmt schon 4000 euro oder so aber jetzt in dieser krisenzeit reden wir gerade von 300 euro gerade glaube ich 300 euro die mir halt dann nächstes mord den arsch retten wahrscheinlich ja also wäre diese spenden nicht hätte ich ein echtes problem das nach da je nach da schicken wir die hier rüber so gen schicken wir nach da bitte weil wir weniger truppen haben dort schmeißen wir die erstmal spere leute so komm her bitte und platon angefliehen platon noch nicht gut ich werde jetzt in unserem arsch drüben kommen sperrk fern fertig wir sollten uns zurückhalten erstmal leute ne das stimmt nicht ich habe nur 100 abos mehr kitkat laut stats jetzt aber da haben wir jetzt die 6200 wir hatten 6100 vorher gehabt halt schmeißt da auch so die reihe mit euch jetzt kann ich wir beschmeißen und zack schönes spiel auf die kurzschwerter wird schön zerballert wir schicken mal eine kaff gleich los ich hab da drüben die keltischen scheinsteuer dran ihr gebt die vorwärts hier nein aufhören bitte rauf da hier so rauf da bitte sag rauf da mit euch losi losi die sind hier drauf du schaffst du die fernkarte bitte und du kommst jetzt mit zu jetzt gehen wir doch rein leute jetzt gehen wir doch rein leute wir decken hier bei den rücken danach und schaffst du was haben wir hier eigentlich alles geklappt alles schmeckt ja ein bisschen krach war wir können uns einfach wieder ausmachen hier jetzt zieh mit rauf nice hier drüben haben wir die flecke hat halt geil zurück bitte mit dir vorwärts mit euch ihr kommt nach hier so hier gehen wir nach da drüben bitte in die kaffe schicken wir jetzt hier gleich durch die die hat die 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 Ich spiele gerade um 2 parallel, ich habe ein Online-Battle gemacht und der Idiote gegen mich gekämpft hat nur Elefanten gespielt, nichts anderes. Beseitig schon, frage mich mal, was? Nice, 40 Likes, vielen Dank Leute. Haben es geschafft. Und jetzt die Frage, die von euch vorhin auch gestellt wurde, ich schaffe mir die 50 noch. So, ruhig bitte. Jetzt dreht ihr auf die Ferne einfach rauf. Wo geht's jetzt hier auf den Gen rauf? Ich ruhig raus, bitte. So, vorwärts, 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 Leute. Jetzt rauf da. Lär mal hier rum, bitte. Ich muss jetzt gleich schön die Flanke reingehen, um überhaupt was reißen zu können. So, Kaff, bitte hier lang. Ja, färg, färg, färg mit denen. Uh, Axtpia sind da. Not so sexy. Rauf da, bitte, du bist jetzt hier durch. So, Formations-Ambilte aus. Du gehst mal jetzt hier rum. Dann schick mich da rein. Die sind immer noch nicht angekommen, hier, die Truppen. Ja. Das ist halt Rome 2 KI, Leute. Das soll man sagen. Rome 2 KI vom Feinsten halt, ey. Na gut, weiter hier drüben, bitte. Wir haben es geschafft. Du gehst jetzt hier rauf, bitte. Gehst hier rüber. Kraft bitte raus hier. Los, los, los. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ey, hier sind wir echt down, Leute. Zack, da kommt der Charge rein. Der Gen wird es halt auch nicht überleben, hier. Halt. Ich rauf euch euch bitte hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir sind da rauf hier. Wir sind da, aber du kannst hier abziehen, bitte. Kannst wir schön den Gen reinchargen. So. Ihr geht nach hier, macht hier drüben dicht. So. Ihr habt keine Muni mehr, aber stell euch trotzdem mal hier drüben hin. So, einmal vor allem, bitte nach dort noch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der wird es sehr einfach heizt. Der wird vorwärts mit dir. Auch da wird so ein bisschen drüber, macht hier dicht. Dann heißt der Gen ist gleich da auch, Leute. Nice, boah, fuck, die Stühle fährt nach hinten da. Also manchmal steht er einfach nur aufrecht ein paar Stunden. Dann muss ich halt so extrem nach hinten fallen wieder. Das ist komisch, Leute. Ich sag's euch, das ist komisch. Naja. Jetzt haben wir hier drüben auch einen genommen. Du machst hier dicht erst mal, Leute. Kommt mit dem Röber jetzt in meinen Siegpunkt ein, dann passt das. Wir warten, dass ihr die Schwerke bekommen, dann haben wir das gewonnen. Und dann kommt's Leute. Ob ich euch. Was ein Gemetzel. Hier drüben haben wir auch ein paar Starten. Drei bitte. Kommt mal nach dort. Zwei. das hier danke dir ac ms h m das gefühl dass wir ein bisschen lauter ist echt komisch leute mal ist es extrem laut mal extrem leise wahrscheinlich unterschiedlich laut an sich schon cordy wieso hast du das mcdonalds video gelöscht darf ich mal davon wissen nie lukas werde ich jetzt nicht sagen das ist privat und gelöscht ist es nicht es kommt wieder keine sorge das mcdonalds video die helden sparten sind definitiv nicht op das ist das letzte was sie sind so immer schön zum hafen hier aber gar nicht gefecht beenden nice wir haben gewonnen uns gehört jetzt genua und mehr zu befreien und die uhr wieder drin sind naja dann müssen wir theoretisch danach gleich wieder angreifen um halt die basalisieren zu können es hat kloppt das hat nation über befreit hat erst mal mit her so ist es halt leute naja so verfreien mal bitte die garnison ist noch nicht tot ihr hunger nach einer schacht aber halt fast du gehst nach hier bitte wieder unterwegs sitzt da mit der garnison aus dem mitladen ziemlich schwach aber noch stark genug ey ich erwarte eure befehle so genua genua mag mich und fühlt mich sexy ich freue mich eure weisen worte zu hören doch ihr habt doch sicher nichts gegen einen becher wein einzuwenden mal zahlung einfordern schnell so 2000 passt ich werde meinem volk von unserem abkommen berichten es wird einen feschmaus geben jetzt haben wir erstmal im norden hier so ein bisschen gesichert wie sehr mögen die mich eigentlich gerade mögen mich anscheinend wirklich so sehr dass ich knalle grün bin bei denen 154 ich weiß nächster schritt wir halt danach in super im mitladen platt machen aber na gut ein schritt nach dem anderen leute ein schritt nach dem anderen soo jetzt mal zeit erstmal in ramburg zu erforschen halt mal ein bisschen vorankommen hier ich mache nichts cooles bauen na auch ist immer noch ein bisschen knapp naja könnte man hier die grabenmine berichten plus zwei du machst plus zwei ist eins hier Stufe zwei verstehe Was 4 bringen, was bringst du danach? Was 6, was 8? Ich bringe alle plus 8 danach. Naja, gut. Hier haben wir richtig verseuchtes Gebiet, ey. So. Was machst du gleich? Ich werde danach wieder Game of Rome spielen, TNT. Kommt als nächstes. Wir machen jetzt erstmal noch weiter hier und dann nach der Pause geht es weiter mit Game of Rome nochmal 3 Stunden locker. Und heute Abend ist da das Turnier dran. Soll ich jetzt hier einen Wassertank bauen? Das kostet halt Kohle. Wir haben weniger Seuchenrisiko, Leute. Ich muss mir keine Sorgen machen. Jut, jut. Okay, wir werden mal die Runde entnehmen. So. Kommen wir uns gleich hier einen Supra holen, ey. Cool. Dann gehören wir uns auch. Dann haben wir einfach wieder unser Einfluss weiter ausgebaut. Nee, nee. KitKat ist das Turnier vom letzten Mal, was dann einfach nur zu Ende gebracht wird. Der Stream ist ja abgebrochen und wurde nie zu Ende gebracht und deswegen machen wir das danach. Halt. Immer schön. Anwesenheit der Rebellen würde bleiben, ey. Du kleines Arschloch. Keines Arschloch für Etruska, ey. Naja. Machen wir TNT. Wurde halt noch ein Weilchen dauern, weil erstmal andere Nationen rankommen. Ah, guter Gang. Okay. Jetzt sollte ich eigentlich einen Würden-Trail. Guck, was haben wir hier jetzt hier? Ich finde gar nicht so. Wir finden gar nicht so. Wir haben hier eine mittlere Galerie. Ach ja, genau. Kacke. Und zwar folgendes. Wir haben die Leiter rausgeschaltet hier. Die Beleitungsschlachtung. Soll ich einfach angreifen kann. Ich muss irgendwie mal gucken, dass man versucht, die Gans rauszuschmeißen sogar. Schauen wir mal. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. So. Klientel würden sie machen. Satrapie. Ich möchte ja gerade als Satrapie haben. Leute. Die Schlacht müssen wir selber schlagen, ey. Nee, KitKat, die Jahreszeit steht schon alles fest. Da darf man nichts bestimmen. Ist alles fix schon fürs Turnier. Wir hatten ja schon angefangen, das Finale. Wir müssen es so zu Ende bringen. Wir hätten einfach mal vier mittlere Galerie. Also wir müssten eigentlich angreifen. Im Kampfwagen. Ich glaube, die Galerie können unsere Truppen müssen schützen. Wir müssen das Tor entflammen. Dann geht das schon. Was machen wir dann halt nach der Pause, Leute? Freue mich schon drauf. Machen wir mal. Speichern. Zack. Dann passt das. Ja, Schutzpatronen Lord musst du noch gewinnen. Das ist der Fakt halt. Juri, Juri. Da würde ich mal sagen, ich bedanke mich mal für eure Aufmerksamkeit. Kommt in einer Stunde ungefähr wieder. Dann geht es weiter mit der nächsten Runde von Game of Rome. Wir haben jetzt drei Stunden gebraucht, Leute. Drei Stunden haben wir gebraucht, um überhaupt erst mal uns Italien zu holen. Holen, ja? Ja? Wir haben drei Stunden, um uns die Italien hinzugen. Wir sollen immer ganz fertig haben. Ich habe nicht mal Sizilien, wir haben nicht mal komplett Sardinien, ja? Da fehlt noch ein bisschen was. Ist schon... Und auch Cisalpina ist noch nicht ganz da. Also ist schon geil, wie langsam, wie lange, also wie extrem das Spiel entschleunigt wird. Welche Runde sind wir eigentlich mittlerweile? Runde 40. Also wir sind jetzt von der Amtszeit gerade mal in der dritten Amtszeit, ja? Also rein von den Zeitwerten her. Ist schon krass. Na gut, gespeichert haben wir und dann sehen wir uns.